So, herzlich willkommen zum 28. Let's Play von Kingdom Hearts 1 Und so wie ihr seht sind wir hier schon Wir haben einfach den Teleporter genommen Weil wir in zwei Let's Plays davor oder so waren wir hier schon einmal Da haben wir hier gespeichert Und wir haben ein klein bisschen an den Gummi-Set gemacht Zwei Magneten noch an dem Bund Na ja, werdet ihr in der nächsten Flugwelt sehen Ja Los geht's dann erstmal Jo, erstmal ähm Jetzt ist der Angst Ja, Stop! Verwendet Na? Auch der Schatten-Dora ist da Ah ja, da Autsch Äh, war ein Fies gewesen Wie die andere Biene oder wie es die heißt? Die andere Biene Ja Ich bin der Pahn der Einzige der Von Anfang an fliegen kann Ja Bei den Helfern Ja und später kriegt man die auch fliegen Und die gleiten hat man dann in den anderen Welten Genau Ein nach Ratschlein Eine gelbe Triothek Ja Und ich glaub die hatten wir noch nicht Ne, hier können wir nicht vorbei Ja auch, wir haben nicht den passenden Charakter Ja Na klar Ja 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 Er hat zwar gesagt, du bist wie am Ende gefunden haben, aber die bleiben Partner Ja Ja, Tiat Ja, Captain Hooks zum ersten Geraten Schiff Ja Ja In dieser komischen Franzosen Schnauze da Ja Ja Weil der ist, äh Äh Was ist? Du musst es irgendwo hier hin, ah ja, wir müssen da ja Ah, Blumse Das war er Ja 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 Ich hab er gleich gehofft Ich hab nicht gehoffen Ja Ja Aber das ist halt nicht so stark, wenn ich jetzt auch noch nicht halte Das war der richtige Kampf kommt, der ist in, äh in, äh in, äh in, äh In, äh Aber wenn wir in Stops sind, äh äh, äh äh, äh äh, in, äh in, äh in, äh Ja Pinkabell hatte hier immer einen 3-Namen. Also weiß. Ja. Heißen in diesem Fall hier auch. Ja. Die anderen 2-Namen sind Pinkabell. Die sind gleich rein. 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 Und die sind gleich rein. Daniel hat irgendwas gekriegt. Ja. Das haben wir alles ja. Da ist noch was. Das ist sogar der richtige Weg. Wieso musst du fliegen? Jeder kann fliegen. Ich wollte erst mal versuchen. Äh. Hm. Das hört sich erstmal aus. Bitte. Bist du immer noch böse Nadelweiss? Hier ein bisschen fliegen. So jetzt kannst du fliegen. Äh. 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 Käpt'n. Äh. 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 an sie nicht gelangen alle beide hey, Wendy, los schnell nach oben aber natürlich wird vorher das hier mitgenommen Meteor-Gummi ich glaube das war ein Laser, oder? Ah, kann man hier nicht Später sind wir gleich schon ein Loch gewesen, oder? Da wo, wo Kairi und Wendy gerade drin waren, ja Ah, da, ist sogar noch Jetzt laufen Flipp Wendy, bist du da drin? Keine Antwort Ja Scheinbar nicht mehr Hier ist auch keiner Aber da waren zwei Löcher Ja Ja Halt die Tür, weil da auch noch was So, in die Tür fangen wir rein Ah, das war schon die andere Seite Speicherbaut Eine grüne Creotech Kann man da in diesem hier auch? Ja, hier kann man es auch Dann können wir sie gleich mal machen Die grüne Bahn nämlich nicht, wenn ich mich nicht höre, Musikanten Ja, Musikanten Ja, Musikanten Zahn Wop Und runter damit Und damit der Truhe, äh nicht tot, äh Leiter Und jetzt wieder zurück zu Peter Die rote, die kann man auch später machen Die war ja gleichwechselnd, können die zeigen, wa? Ja Oh, schon wieder hab ich den falschen nennen War nicht nur aus dem Team bleiben Bist du recht schlecht so Stimmst? Ja Und gleich mal speichern Mal gucken was hier oben ist Das war ja sicherlich nicht umsonst die Triothek War ja sicherlich nicht umsonst die Triothek Na klar Das war die Haupt-Triothek Riko, warte Riko, warte Schatten, so rein, hoff die Kräuter Hey, stopp Hey, stopp Ich hab noch gar nichts Mein Kommen warte Wenn das Mod du heisst Kommen warte Es ist Lead Ka-ka-nein Viere Sound Wie ist der Eviko Schwachen, die gehen immer gleich weg und der Original ist das Längere, das ist der das ist ein Ausrüstungssystem, wie stark das ist Erhöhlt Eingriff und Abwehr Was der Reißfaden macht? Ja, ein AP kann man verzichten, nimm das dann Ja Wir haben ja genug APs Also ich glaube, Sora bekam sowieso mehr AP als eigentlich nötig Ja, durch diese 4, die wir am Anfang schon hatten Ja, keine kleine Truhe Die dann mit den 88, 89 und 90 Leider Truhen die man nicht öffnen kann Ja, und hier kommt man dann wenig durch, komischerweise Also da musste man sogar die Triotech Wir hätten jetzt ja ordentlich wieder gesucht, wo es weiter geht Hätten wir das nicht gemacht Aber an die konnte ich mich nicht mehr erinnern An diese Triotech? Ja, das ist eine Pflicht-Triotech Ja, das ist eine Pflicht-Triotech Zufall Ja, das ist ein Speicherpunkt Ja Und dieses nicht weiter Nope Muss doch irgendwo hier sein Ja Aber wo? Wenn wir da fahren können, die jetzt doch schon noch vor, wie wir das auch waren Dann können wir nicht schliegen Ja, weiß doch eigentlich gerade Ja Oder da ist schon wieder da drin gegangen ist Dann geht's erstmal nach unten wieder Was? Soll das denn eben? Ja Die Schrauben können wir immer weiter Wir mussten gleich noch weiter Oh, oh, oh so Von dann in deinem Decker Am Deck, äh... Am Deck, äh... Jedenfalls Schattensura ist besiegt. Der stört nicht mehr. Ja. Hat jeder auch abgefunden Anbogen gezogen? Ich glaub' dich. Das darf der Sinterteil von dem Schuss sein. Ey Gott. Und du musst zum... Du bist zum Bug. Ja. Schau mal, dass du da bist. Hier ist noch ein Ding. Eine Lupe. Ne, da kommt noch nicht rein. Eine geschlossene Lupe. Darauf geht's ja auch nicht, wie ich siehe. Ja, da war eine Tür. Wo man die ganzen kann. Ja. Eine Wesenkammer. Aber ein Speicherpunkt. Na klar. Ich glaube, das ist das Lager. Ah, werden wir ja gleich wissen. Lagerraum. Da wo wir gestartet sind. Da kommt noch nicht rein. Da kommt noch nicht rein. Alles wird gut, solange du wild bist. Ja. Ist ja der Slogan von denen, nicht wahr? Ja. Da kommt noch nicht rein. Woher in der Tür ist. Woher in der Tür ist. Woher in der Tür ist. Oh, ajo. Gleich alle gestoppt. Haha, der nimmt sich in der Luft. Ja. Dass wir gar nicht dazu fliegen können. Ja. Mit Klammern. Wie... ...fucking. Äh, die Nachbarn war dann langsam zu laut. Ich hoffe, er kommt nicht. Nee. Dass wir hier jetzt grad nicht weiterkommen. Ja. Ja. Ja, da fehlt noch was. Nee. Wenn du wieder trainieren willst, dann... ...nimmst du das ja dort nach dem Back. Ja. Kein Mannschaft? Ja. Ja. Vielleicht letzten noch ein paar Trio-Tags zusammen. Kein Mannschaft? Ja. Ich brauche mich alle Trio-Tags, um... auf alle Items herzustellen. Weil manche Items, äh... ...pisch von, ähm... ...nur per Trio-Tag. Ja. Ja. Du weißt ja, woher in Kai kommen wird. Nein. Einen Trio-Tag muss man sogar verwenden, damit man überhaupt Items herstellen kann. Ja. Das war ja die... Grüne. ...die Grüne-Trio-Tag. Reo-Mogikanten wegen Traversen... ... und... ...Items-Shout. Ja. Du weißt ja, was da war ja... ...。 Berechtigung... ...u. ...mö... ...I'm gonna tear it... ...nimmst... ...kannkannkannkannkannkannkannk... ...dumm... ...missinnabvis. Jetzt sind wir runtergegangen, weil die sind da zwei Wege. Hä? Hier ist einer und wir kommen weg. Und da kamst du. War es der erste runter oder der zwei andere? War mir auch nicht mehr sicher. Ja, wir werden mal sehen. Kann ich dir nicht sagen. Ja. War doch richtig, der andere. Die gelbe Triothek haben wir ja noch nicht. Ich glaube, das sind rot, blau und grün, die wir bis jetzt sagen haben. Ja? Ja. Wo waren wir schon einmal? Wo haben sie die Gegner zu wieder gemacht? Ich bin schon voll platt, bevor sie da zu waren. Bevor sie zu sich kamen. Ja. Das ist wieder die gelbe Triothek. Das ist wieder der Weg nach unten. Da warst du ja von eben. Ja. Irgendwie muss es da weitergehen. Da müssen wir nach vorne haben, wie. Zum Bogen. Hä? Bassen. Na klar. Beide Wege führen. Sieht so aus. Das ist die Kabine. Oh, da fliegt auch der dunkle Weg hier runter. Ist ja cool. Ja, da fliegt fast alle hier runter. Aber hier ist nichts. Hier im Raum. Ja, da fliegen kann man ja gerade nicht. Da ist ja voll schräg keine Sprung. Das ist immer näher rein gekommen. Irgendwo muss hier bei Captain Hook irgendwas. Na, das soll da jetzt nicht sein. Und das zweite Loch? Da waren wir auch vorhin schon. Gucken wir doch mal genau Captain Hooks Ding nochmal an. Die Kabine an. Ja. Und wenn es wirklich nicht weitergeht, müssen wir am besten wieder aufschauen, dass die wieder ein bisschen rufen. Weil sonst würde das wieder ein bisschen zu lang gehen. Ich denke, dass ich den Verdacht hast, dass es auf die Karte gehen wird, aber... Oh. Oh, da ist es doch. Die haben wir vorhin nicht genommen. Aber wieso? Die will es auch nicht. Hä? Was? Was visiert da ein? Da liegt Wendy. 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 Dritte Naseweißen. Nicht jetzt. Well, this is as far as I can go. I gotta help Wendy. Ist er erstmal weg. So, und hier sind wir dann erstmal und ich würde sagen, dass es erstmal für dieses Video war und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Und tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.